Hallo meine Leute und herzlich willkommen zum Erfolg auf einen Kanal. Ich bin der Kevin und jetzt ist ein trauriger Moment passiert. Ich bin aus Verständlich drauf gekommen und deswegen ist die Aufnahme abgekackt. Ich bin verstärkt geworden mit diesen meisten Karten hier. Xavier Woods und Becky Lynch. Niemand hat eine Chance, ich weiß es. Xavier Woods gewinnt das ganze Ding hier. Becky Lynch, Easy Win. Ist einfach mal erschütternd. Enzo Murray, Easy Win. Ist einfach erschütternd. Ich bin jetzt einfach verstärkt und wenn ihr seht, ihr noch den Pick, was ich bekomme, hier auch verstärkt. Okay, Victor. Jetzt zeige ich auch den Namen. Biggie. John Cena. Connor. Cesaro. Charisma. Tempo. Oh mein Gott. Naja Checks. Digga, wir ziehen Naja Checks. Digga, ich rasiere alles, Steven. Ich rasiere alles. Digga, was? Ich ziehe... Oh Mann, Digga, was ist los? Was ist los? Bestemann, Digga. Wir ziehen Naja Checks, meine Freunde. Hier live in der Aufnahme. Ziehen wir einfach Naja Checks, meine. Wir ziehen da einfach Naja Checks. Oh mein Gott. Das... Ja, Mann. Wir ziehen einfach Naja Checks. Die Animation war schon so nice einfach. Aber dann ploppt einfach Naja Checks auf. Die fasst eine, eine der besten WWE. Super, 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 äh, WWE, WWE, Diven. Einen von den besten Diven, die es gibt bei Raw. Oh mein Gott. Hier Naja Checks. Raw. Diese Animation war so nice einfach mal. So hardcore nice, Mann. Ja, Mann, Leute. Diese Aufnahme zerstört alles. Diese Aufnahme zerstört wirklich, wirklich alles. Alles auf der Welt. Wir ziehen einfach Naja Checks. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, Mann. Das ist aber jetzt mal richtig nice. Ist auch noch richtig stark. Digga, ja, Mann. Hier mit Xavier Woods. Die Halloween Card. Und hier mit Beckel Lynch, die Halloween Card. Yes, Digga, yes. Das sehe ich schon, dass sie eine haben. Das sehe ich echt schon, wem sie haben. Und deswegen mache ich auch keine reine. Oh mein Gott, er hat 18. Das verlieren wir auch sogar mit Xavier Woods. Und da muss einfach herausgehauen werden. Und jetzt bitte Diva. Das kann schon gar nicht werden. Hier, guck. Da haben wir noch zu schlechte Männer. Und ja, Leute. Die Aufnahme kommt heute viel zu spät. Ich weiß, aber jetzt einfach verstärkt. Wir sind verstärkt, Mann. Ich glaube es nicht. Jetzt werde ich auch wieder viel mehr Niederlagen einfahren. Eben wegen. Oh mein Gott, der Link Zucker auch noch. Ich mache die beiden. Ja, Mann. Das klappt sogar. Oder ja, das klappt. Das klappt. Also, das letzte muss ein Diva-Match sein. Hoffentlich. Nein. Nein. Mann, ey. Das dumme ist schon immer, dass da ein Tag-Team und dann noch zwei normale Matches. Aber Männer-Matches sind dann Diva. Das zerstöre ich jetzt schon wirklich mit Becky Lynch und mit Nia Jax. Das zerstöre ich jetzt schon richtig gut. Und ja, mit Xavier Woods zerstöre ich auch noch ganz gut. Aber, aber einfach das Gefühl, die er einfach zu haben, ist abnormal cool. Nia Jax hat der nicht gerade überwältigt. Und dann überwältigt. Das gewinnen wir. Er hat nur den schlechten Stone Cold, sondern ich habe die gute Hall of Fame Karte. Ja Leute, jetzt ist vom Video nicht zu viel gekommen. Ich habe jetzt auch mehr Picks gezogen. Und jetzt dann noch so ein paar Einzel-Matches. Einfach ein bisschen gezeigt, wie die Karten sich spielen lassen. Ich muss sagen, sie lassen sich ganz gut spielen. Sie sind super nice. Hier gibt es, oh mein Gott, es gibt Goldberg-Karten. Jetzt neu so bekommen. Warte, schreibt das mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das geht, dass man so Karten bekommt. So wie John Cena oder Triple Edge oder Goldberg-Karten oder WW18er. Und ja Leute, ich schaue gerade einfach Fußball-Champions League Porto gegen Red Bull Leipzig. Und es steht gerade 1 zu 1. Gerade hat Leipzig das 1 zu 1 geschossen. Und natürlich Timo Werner. Warte kurz. Ich komme gleich. Ja Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder back am Start. Kath-Man ist wieder back am Start. Ja und jetzt habe ich mir gedacht, noch ein bisschen Abwechslung muss auch rein. Jetzt bringe ich nochmal hier. Rumble. Oder Rumble. Ja. Kofi Kings schmeißt mich sogar raus. Aber, äh, 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 Entschuldigung. Aber Kofi. Oh mein Gott, ich hau ihn sogar raus. Ja Mann. Oh mein Gott. Jetzt, ja, jetzt bekomme ich Xavier Woods. Dann läuft es, dann läuft es. Hoffe ich mal zumindest. Dann sind auch meine ganzen guten Karten schon weg. Nachher gesehen, wie er Wurzeln in der rausgeschmissen wird. Sind schon alle weg. Ich weiß nicht mehr, was ich... Weh. Äh, Entschuldigung, aber... Del Rio, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, ne? Respekt, Digga. Er haut einfach ihn raus, Digga. Was ist los bei diesen Menschen? Match 11. Jetzt gibt es nicht mehr viele Matches. Match, ja. Oh mein Gott, einen guten haben wir noch. 14 Matches gibt es, was ich weiß. Ja, 14 Matches, glaube ich, gibt es. Jetzt muss ich auf Zeit spielen. Wenn ich jetzt noch einmal rausgeworfen werde, dann ist alles vorbei. Okay, jetzt würde ich gleich stehen, wenn der mich jetzt raushaut. Aber das schafft er nicht. Und ja, Leute. Dann war es auch so fast von diesem Video schon. Jetzt ziehe ich kurz noch die Karten. Oh mein Gott, wir ziehen. Shame es noch mal. Auf Ultra-Selten. Und ja, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.